Pflanzenkohle aus Gartenabfällen Im kleinen Maßstab wird hier gezeigt, wie einfach sich hochwertige Pflanzenkohle aus Gartenabfällen herstellen lässt. Die Verkohlung kann in einem offenen Kamin, einem Holzofen oder, wie in unserem Beispiel, einem offenen Feuer gemacht werden. Natürlich sind die erzeugten Mengen pro Büchseninhalt nicht wirklich groß, aber Sie können selber die Wirksamkeit der Pflanzenkohle auf Ihren Garten erleben. Legen wir los! Alle möglichen pflanzlichen Reste wie Äste, Blätter, Rinden werden zerkleinert und damit die Büchse gefüllt. Das Feuer sollte, wie in einem Ofen, möglichst gleichmäßig um die Büchse herum brennen. Professionelle große Pyrolyseöfen verschwelen den Inhalt in einer von außen beheizten Kammer, hier gelb markiert. Die äußere, rote Hülle heizt die gelbe Kammer und erzeugt zusätzlich Fernwärme. Die erste Phase entweicht als Dampf aus dem Loch im Boden. Dies ist hauptsächlich Wasser. Ist die Temperatur in der Büchse nun hoch genug, verbrennen die Gase aus den pflanzlichen Resten. Mit diesen Eigengasen kann nun der Pyrolyseprozess eigenständig unterhalten werden. Es braucht keine externe Wärmezuführung mehr. Das Feuer in unserem Beispiel dient nur als Starthilfe. Große Anlagen erledigen das in einem geschlossenen Heizkreislauf. In diesem Beispiel hier hat sich erst ein Teil der Gase gebildet. Nach einer kurzen weiteren Dampfphase tritt erneut Gas aus dem Loch und entzündet sich. Dies ist auf die nicht ganz gleichmäßige Aufheizung des Büchseninhalts zurückzuführen. Gut sichtbar ist nun auch der Austritt von Holzessig und Holzter zu sehen. In der letzten Phase der Pyrolyse sind die Gase nun unsichtbar. Zeit das Ganze abzulöschen. Mit kaltem Wasser wird die Büchse gekühlt. Nun haben wir die Pflanzenreste noch völlig intakt, aber das Ganze ist nun nur noch praktisch reiner Kohlenstoff. Sobald wir die Pflanzenkohlestücke zermahlen, erhalten wir ein feines Pulver aus dem Kohlenstoff. Bitte nicht verwechseln mit der Asche. Diese entsteht bei der vollständigen Verbrennung des Holzes, in unserem Beispiel, das Feuer um die Büchse. Der Unterschied ist deutlich, die Pflanzenkohle hat ein schwärzliches Aussehen, während die Asche, durch die nicht verbrannten Mineralien und Metalle eine weißlich-graue Farbe annimmt. Interessant, nach dem Ablöschen der Glut verklumpt die Asche mit dem Wasser zu ziemlich festen Teilen. Diesen Effekt haben bereits die Römer für ihren Beton genutzt. Die aus der einfachen Büchsenpyrolyse gewonnene Pflanzenkohle kann nun mit Dünger und Mikroorganismen zu einem hochwertigen Pflanzendünger gemacht werden. Mit den rund 25% reinem Kohlenstoff haben wir zudem eine Neubildung von CO2 verhindert. Dieser Effekt wird als C- oder Kohlenstoffsenke offiziell zum Klimaschutz genutzt. Technischer Hinweis Verwenden Sie nur Büchsen ohne Gummi- oder Kunststoffteile. Oft sind solche Büchsen mit einem Gummiring zum Abdichten versehen. Diesen entfernen oder eine andere Art Büchse wählen. In unserem Fall war die Büchse zwar frei von solchen Materialien, aber vermutlich mit einem Schutzlack versehen. Dieser wird beim ersten Einsatz vollständig verbrannt, entwickelte aber einen leichten Geruch. Hier noch ein Beispiel mit einem geschlossenen Holzofen. Gut erkennbar, die einzelnen Phasen der Entgasung des Büchseninhalts bis zur Verkohlung. Nach rund 15 Minuten ist die Pflanzenkohle fertig. Ich bin richtig. Und ich habe ihn mit dem Augsburg hier gelesen. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Vielen Dank.